Hallo, heute wollen wir mal Limbo probieren. Ich guck mal, ob ich das mit dem Controller spielen kann, oder ob ich das mit das zu tun muss. Ist auch etwas älter das Spiel, schau mal. Es ist nur schwarz-weiß. Okay, passiert auch was? Okay. Ah ja, wie hüpft man? So, okay. 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 Goodie. Ähm, wie klettert man? Wie klettert man? Hilfe! Gute! Mann! Gucken wir mal. Ähm, Settings, Controls, Action. Ach so, das ist Action. Also nur Jump und Action, mehr gibt's nicht. Okay. Gut. Ah, man braucht gar nicht klettern, sondern man zieht das Ding weg und dann kann man hier hoch springen. Aha. Cool. Hallo? Ah, das gefällt mir jetzt nicht so... besonders hier. Toot Toot! Toot 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 Vielen Dank. Ah, okay. Jetzt bin ich hier und jetzt komme ich nicht weiter wieder. Wie komme ich denn hier weg jetzt? Jetzt kann ich das Boot ziehen. Ah. Hier kann man nicht hochklettern, ne? Ne. Doch kann man. Ah. Cool. Hm. Okay. Wie kommen wir jetzt daran vorbei? Ah. 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 Ah-ha. Ah-ha. Okay. Interessant. Okay. 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 Nein! Okay. Na gut, ich glaube, dann speichern wir mal ab und spielen das nächste Mal weiter. Ist aber ganz nettes Spiel hier. Bloß vielleicht gegen Ende ein bisschen gefährlich. Und sehr viel Logi seltsam hier. Ich meine, ich kann das rausziehen. Aber es bringt mich ja auch nicht weiter. Muss ich mal drüber nachdenken. Okay, dann ciao und bis zum nächsten Mal.